Es gibt nichts schöneres als an einem schönen Morgen im Nebel durch den Wald zu laufen. Das Licht ist fantastisch, die Blätter haben leichten Frost. Das ist der erste Weihnachtsfeiertag und nach den vielen Feierlichkeiten daheim ist es einfach wahnsinnig schön, eine Auszeit zu nehmen, in der Natur zu sein und die Ruhe zu genießen, die Stille. Unfassbar. Friedlich. Ich bin gerade auf der Suche nach Motiven hier im Wald und es ist wirklich wahnsinnig schwer, schöne Motive zu finden und Ordnung in das Chaos zu bringen. Hier in der Natur und ich suche nach Formen, nach Führungslinien. Gerade bei diesen Bedingungen finde ich es wahnsinnig spannend, einen Polfilter zu benutzen, weil durch den Polfilter kann ich den Glanz reduzieren. Der reflektiert wird, die Reflektion auf den Blättern und kann dadurch mehr Kontraste und mehr Farbsättigung in den Bildern erreichen. Es macht so viel Freude zu fotografieren und die Möglichkeit zu haben, Momente so festzuhalten, wie ich sie sehe und mit anderen teilen zu können. Das ist ein wahnsinniges Geschenk. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020